Das ist ein Bündigesicht. So, wir haben einen Punkt und Halt. Und das lautet ein schöner Sieger nach Punkt. Und damit der einzige Siege im sechzehnten Profitampf, Matthias Neckler aus Finnland. Wir haben vor einigen Jahren den Kopf in Deutschland mit Patrick Rukul und die Obermeisterschaft haben wir damals nach Punkt nach verloren. Und jetzt ist er wieder der Wahnsinn. Danke.